herzlich willkommen zu 34 folge opa zeugte banished was ist das denn hier? Korn! Korn! und was ist das hier? Blaubeeren! alles klar das heißt potatoes geht zu Korn und du gehst zu Blaubeeren aber halt erst in der nächsten Saison mal 2208 so die fahren jetzt hoch hier jawohl damit können wir dort schon mal mit einem deutlich höheren Ernteertrag rechnen wie sieht das hier aus? könntet ihr mal hier die Priorität um einiges nach oben schrauben ob zwei wir stehen noch mal auf Feuerwood jetzt habe ich es zugemacht ist dort so wir bauen jetzt hier noch mal in town lodgingen 3m Kalman, das ist jetzt Schalko-Böner 2, 2, 2, 2, das sind nämlich die Kalman. Wie gesagt, ihr könnt ihr da auch mal fertig bauen, da habt ihr was Zeug für. Also es fällt zumindest schon mal nicht mehr auf 16.000. Man merkt auch, wie die Korwalt nach unten geht. Aber da können wir uns auf 17.000 halten, das heißt, wir sollten jetzt eigentlich wieder hochgehen. Aber wenn wir hier auf 90.000 kommen und die Ehren ist eingefahren, dann sind wir jetzt sehr gut dabei. Dann haben wir auch gebaut. 3, 4 von 8 und 15. Das kriegen wir gleich alles hin. Das hier kommt halt zusätzlich. Dafür können wir halt keinerlei Nahrungsmittelproduktion abziehen. Weil das ja hauptsächlich für Flax und für Zucker ist, das ist ja Industrie, da können wir nicht wirklich viel machen. So, Kartoffeln gehen dann zu Korn. Ja, guck mal an hier, 106, 107, 108. Alles wieder im Griff. 111. Ach, meinsch. Ein Merchant. Ein Merchant. Erweilft. Nein. Das Boardinghaus. Ja. Alles klar. Alles klar. Fuel sieht auch wieder super aus. 44 noch. Habt ihr hier schon komplett hochgefahren? Ne, immer noch nicht. Das heißt, die werden noch hochfahren. Das heißt, Flux. Das heißt, Flux. So, Flux wird jetzt hier massiv ausgebaut. Hier unten. Das heißt, du und du. Du, du und du. So wie du, du und du. Alles klar. So, das heißt. Fischfarmen. Die Fischfarmen. Die Fischfarmen. Was? Das heißt, wir können da 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Die nehmen wir weg. Tank. Potatoes. Korn. 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 Korn, Korn. Korn. Das war jetzt mal abstehen. Erstmal. Das hier geht alles auf Blaubeeren. Blaubeeren und noch mehr Blaubeeren. Perfect. 70, wo kommen jetzt die 70 schon wieder her? So, ihr macht aus Korn, aus Korn, Korn, Korn. So, die Sugar Houses kommen hier nicht hinterher. So, wir starten jetzt die Brickworker. Also die Kylo Man. Beef, Cuts, Lock and Barrel, das können wir noch nicht machen. Glas, Ware und Salz. 4, 6, 8. Achso, ist das Boardinghaus oder das Dingshaus? Und fertig. Immer noch nicht. So, Picks, 2, 8. Und Picks, noch nichts. Gut, die sollten aber auch starten. Dann können wir nämlich hier erstmal von runter gehen. 1081. 1081. 1081. ob es fehlen ob es fehlen überhaupt fehlen überhaupt 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 aber dann klosen oder klassen wir mal unsere bevölkerung da wieder und potatoes fahren wir jetzt wieder ein bisschen runter so wir konnten da jetzt sagen 113 156 also das blatt hat sich massiv gewendet du bist vollausbau du bist hier unten vollausbau hier unten ist noch gar nicht so wirklich was passiert 880 glas so gehen wir jetzt hier auf vollausbau hier oben um oh le tush le tush le tush le tush haben wir nicht cotton wäre mega geil cabbage ok le tush ja wir haben aber natürlich nix hier ne wo sind denn die ganzen trader 2425 wir kriegen gerade mal 6000 fehlen auch 8000 und was ist denn schli- Einer! 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 Der hat keinen Bock zu arbeiten, da wird mal was. Lens für Lens, Lens für Lens, Lens für Lens. Der Prezorist. Acht von zwölf. Du bist Fury-Finer. Achso. Das sind auch Prezoristen. Aber wir haben noch keine Barrels. Das heißt, ich brauche da noch gar nicht zu arbeiten. Aber wir haben hier einen Beef-Jockey. Boah! Alter, was können wir hier alles herstellen? Schmockt Fisch. Schmockt Fisch. Die macht hier einfach Schmockt Fisch. Man darf noch einmal mehr als genug. Okay, den Trade kriegen wir nicht hin. Cabbage habe ich genommen. Und das habe ich schon wieder vergessen. ... ... Nein, das ist immer noch nicht fertig. Bist du fertig? Auch noch nicht. Macht nie die ganze Zeit. Und haben jetzt, finde ich, Laborats. Ja, dass die beiden natürlich dann immer, das ärgert mich ein bisschen, aber okay. Ich denke mal, dass hier am Rand noch mehr Wohnungen wachsen werden. Okay, habe ich schon zugebaut. Dann würde ich hier auch noch irgendwas zubauen und werde dann hier nochmal die drei Felder mit Wohnungen voll machen. Weil wir haben, ja... Hä, ja. Kein Kommentar. Leinen, 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 Leinen. 45. Leinen haben wir. Dann lasst doch mal das Flax hier an die Wopass gehen. 108,50 Flax haben wir noch. Na gut, diese Saison wird hier einiges an Flax reinkommen. Kartoffeln, Weizen, Pumpkins. Schönes Korn hier, oder ein bisschen Mais. Schöne Blaubeeren. Wo ist denn hier los? Okay, es wächst gerade noch. Ah, jetzt haben wir natürlich die beiden ausgeschmissen, die beiden Weber. Das sinkt mir hier gerade ein bisschen zu stark. Wenn wir die Häuser ausbauen würden. Das ist doch Stein oder das ist das Eisen? Das ist das Eisen, oder? Das ist das Eisen. Da sind wir bei 120.000. Oh, wollen wir es mal wagen? Einer. Zwei. Komm, hoch damit. Zwei. 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 Mehr Leute ran. Mehr Leute. Mehr Leute. Mehr Leute. Zwei. Mehr zwei. Drei. Zwei. Zwei. Ich will noch mehr sehen. Hier ist jetzt natürlich alles berechenvoll. Vier. Das Ding kommt da rum hin. So, du bist ein neuer. Du bist ein neuer. Du neu. 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 Fischfarmer. Auf 176 hoch. Sehr schön. So, das Schöne ist, wir haben hier vorne natürlich gerade schön ausgebaut. Das kommt jetzt natürlich unseren Einwanderern zugute. Wir haben 130 aufgenommen und 86 sind noch ohne Haus. Ach so, ist das hier eigentlich schon fertig. Ja klar, die Fischer. Fisch, Fisch, Fisch. Könnt ihr ja auch mal ein bisschen mehr arbeiten. Kommt noch mehr Nahrung rein. Das ist fertig. Da kommen Fischische Kühe rein. Da kommen Fischische Kühe rein. Da kommen Schafe rein. So, die Hürtzmänner. Auf Drohnen 70 Schafe splitten. Kommt die Hälfte mit da unten rein. Lamas splitten. Kommt die Hälfte mit da oben rein. Die Schwitten sind die Hälfte mit da oben rein. Und die Schwitten sind die Hälfte mit da oben rein. Und dann noch Hälfte mit da oben rein. So, haben wir das. So, Steine, 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 Steine Stau und Katars. 30 dann machen wir mal hier den zweiten auf gehen wir auf 40 hoch 60 ohne job noch mumps ist ausgebrochen ich bedanke mich fürs zuschauen ich würde sagen, hauen sie rein bis zum nächsten mal und tschüss